Wir spielen heute für euch das Lied Regenwetter. Das findet ihr auf Seite 29 eures Schülerheftes in der Version für Violine und Kontrabass. Ich starte das Metronom auf Tempo 80 und zähle vier Vortel ein. Genau, und wir wiederholen das Ganze einmal. Den ersten Durchgang spielen wir Pizzicato und den zweiten Durchgang spielen wir Arco. Dann nehmen wir unseren Bogen. Eins, zwei, drei, vier. Pizzicato Untertitelung des ZDF, 2020